Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat erfolgreich Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre von Innenverteidiger Matija Nastasic eingelegt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes DFB reduzierte die Strafe gegen den Serben auf ein Bundesligaspiel, das teilte der Verband am Freitag nach einer mündlichen Verhandlung mit. Nastasic hatte im Spiel in Wolfsburg am vergangenen Samstag 1 zu 2 nach einem Foul gegen Vuvikhorst zunächst die gelbe Karte gesehen, nach Hinweis des Videoassistenten entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich jedoch auf Platzverweis, im Hinblick darauf dass der Spieler zunächst eindeutig den Ball spielte, ehe es zum Kontakt mit dem Gegner kam, erschien es vertretbar, vom Vorwurf des Rohnspieles abzurücken und auf die Mindestsperre von einem Spiel zu entscheiden, sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Tedesco denkt über Viererkette nach Nastasic fehlt damit am kommenden Sonntag, 18 Uhr, gegen Hertha BSC, ist im darauffolgenden Spiel bei Borussia Mönchengladbach, 15. September, aber wieder verfügbar. Aufgrund dieser Rotsperre verfügt Schalke-Coach Domenico Tedesco gegen die Berliner Innaldo und Salif Serno über zwei Innenverteidiger. So ist es gut möglich, dass Tedesco von der sonst üblichen Dreier auf eine Vierer-Abwehrkette umstellt. Dann könnten Neuzugang Hamza Mendül oder Abdulrahman Baba links verteidigen und Daniel Caliguri oder Weston McKennie nach hinten rechts rücken. Das wäre keine große Umstellung im 4-4-2 zu spielen, sagte der Coach. Aber es wäre auch kein Problem weiter mit einer Dreierkette zu spielen. Wir haben einige Optionen und einen breiten Kader. Wir haben einige Optionen und einen breiten Kader.